so hallo wir machen weiter beim super mario maker 2 und jetzt kommt ein lied level von megaman und zwar das airman team oh mein gott das ist so ein gutes lied oh yes gibt mir das lied ich dachte man darf wirklich nur springen wenn die pfeile da sind sonst sollte man es lassen alles andere ist deko was habe ich jetzt falsch gemacht was habe ich gerade falsch gemacht was habe ich da falsch gemacht keine ahnung irgendwie hatte die nicht gekillt aber nice 10 coins pixel game auch von wbc mit bedingungen you can't play pixel games that's okay you can do it another way okay was kommt jetzt musiktechnik mindestens zehn münzen was okay jetzt habe ich den cbd was okay also you won't have no best time ja verstanden okay okay jetzt ist ein meme are you bored oh mein gott oh mein gott hat mich das gerade ich habe das gar nicht gesehen und da steht ein einfach lol und ich sag lol obwohl ich das gar nicht ich habe das echt holy shit nein ich will das level abschließt lass mich in ruhe die frage ist ja woher ich kann hier sterben die frage ist ja erstens wie lange er das durchgezogen hat zweitens ob man wirklich das level überhaupt beenden kann aber wenn ich jetzt zu leicht bin ich kann sterben er hat möglichkeit eingebaut hier noch zu sterben muss aufpassen okay wir müssen uns die anderen sagen auf jeden fall noch angucken die frage ist ob man es überhaupt schaffen kann wenn man es auf normalem weg spielt aber wenn ich sehe ich sehe es gibt eine 41 sekunden zeit ist das offensichtlich möglich also die münze kriege ich die da auch da ist noch eine und wenn jetzt dieser block hier da ist dann komme ich auch an die ran und dann komme ich auch an oh gott dann komme ich auch an die ran aber uff das ist schon ein hartes ding hier was sind die türen da unten okay das ist wenn ich da runter falle hä ja gut okay einfach an zwei verschiedene einfach an zwei verschiedenen stellen meinetwegen aber ich habe die da oben vergessen aber ich will jetzt erst mal die da drüben holen und gucken ob das so funktioniert wie ich mir das denke immer noch nicht jetzt weiß 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 weil wenn ich die h komme ich theoretisch auch an die da unten ran und an die da an die da unten komme ich jetzt auch theoretisch ran Kritisch wird es da wieder rauszukommen Oh je Ach so Oh, da geht es einfach runter wieder Ich bin dumm Das ist ja sogar freundlichst gebaut hier Das ist ja gar nicht so schlimm So Okay und da drüben wird es jetzt auch nochmal gefährlich Okay, die habe ich Jetzt muss ich das nur wieder Genau an dem Ding ausrichten Nice Aber wie komme ich jetzt eigentlich zum Ziel Oh, verstanden Scheiße Ich wollte noch kurz demonstrieren, wie man zum Ziel kommt Mist Ist es überhaupt das, was ich denke? Also ich denke, die Tür hier ist es Ich denke, die Tür in die muss ich reingehen Na jetzt bin ich komplett lost hier ist Scheiße Ach Mist Muss ich erst noch vorlaufen Ich muss noch ein Stück vorlaufen erst Habe ich jetzt ja nicht gedacht Ich dachte, wenn man sich da einrichtet reicht das aus Aber es reicht nicht aus Okay So Ja Das Problem ist, ich muss Oh nein Wie komme ich denn da rein am blödsten? Ich muss mit dem Donut, der jetzt da in der Mitte ist Mit dem muss ich zur Tür runter oder was? Aber wie komme ich denn an den ran? Das ist ja mit Abstand der ekelhafteste Ach du Schande, was? Ah ne, 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 ne Ich sehe, wie ich an den ran komme Ich sehe, wie ich an den ran komme Jetzt kein Quatsch machen Anordnen Yes Aber jetzt hätte ich halt den Ah nein, jetzt hätte ich den anders erwischen müssen Ich hätte den 1 höher erwischen müssen Ich muss jetzt richtig gut springen Scheiße Ah, es ist machbar Es ist machbar, wenn ich auf der anderen Wolke lande Ich habe nichts gedrückt Ich dachte, das passt Hilfe Aber das will ich jetzt einmal richtig schaffen Weil es ist machbar Es ist machbar Es ist nicht so einfach machbar Aber es ist machbar Okay Okay, hier ausrichten Yes 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 Was ne Belohnung Geil Geil Das hat sich gelohnt Ah, das war cool Carmex Miner Inconvenience The level is ground breaking Ah, ja Oh, muss ich canceln oder was Nee Okay Ey Yo Yo Oh, das war zu weit Hab ich nicht gesehen Okay Okay Alle verpistigt Ja, das ist scheiße Das darf nicht passieren Das darf nicht passieren So wie das Aber ich frage mich gerade Was ganz was anderes Muss mal was ausprobieren Ich wollte eigentlich auf dem unteren landen Ach, der Anfang ist ja dumm Immer wieder das ablaufen So, wir haben jetzt eine schöne Lücke So, wir haben jetzt eine schöne Lücke Ich dachte, hey Das wäre doch eine Idee Aber nein Wäre keine Idee Alter Weg mit dir Das ist doch Wie lang geht das Level 1,20 Ich fürchte nicht, dass wir Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden Ich glaube nicht Das ist wieder zu viel Frustrationspotenzial Ach, Mann, nee Leck mich am Kopf hat man schon Rockbottom Wieder Rhabaross Reiz mich nicht, Kollege Frog Reiz mich nicht Nee Ciao Brauche ich den Typen noch Ja, cool Ja, cool Ja, okay Hier bräuchte ich jetzt den Frosch Sonst bin ich tot Verstanden Ah je Was ist das hier eigentlich Warum ist das da Man weiß es nicht Also ich muss dem wahrscheinlich hinterher Der kann ja gar nicht zu mir Oh Kommst du Kommst du Und er muss nämlich hier hoch Den Quatsch da wegräumen Nein Ich wette ich brauche den Froschdings nochmal Meinen hier durchkommen Jetzt auch so Jo Oh Gott Alter, was war das gerade für ein Schub Das Level ist nichts für meine Nerven Alter Ich habe mich doppelt erschrocken Ihr hört immer daran, wenn ich nicht mehr aufhören kann zu lachen, wenn ich mich erschrocken habe Oh Gott Alter Alter Boah Erstmal beruhigen So Alter Wie weit sind wir im Part Okay Ich bin ganz ehrlich Mein Herz braucht Und mein Herz braucht eine Pause Danke fürs Zuschauen Und tschüss